Ich bin zur OVP gekommen über Empfehlungen von zwei Schulkollegen. Zuerst nur zweitberuflich, habe aber dann sehr schnell erkannt, dass die Karrierechancen bei OVP echt super sind. Und deswegen bin ich auch bei OVP geblieben. Mein Tipp für neue Finanzberater ist, dass man nicht nur Talent mitbringen sollte oder auch den nötigen Fleiß, um vorwärts zu kommen, sondern auch ein freien Gefühl für Menschen. Neben der persönlichen Weiterentwicklung ist die Entwicklung im Unternehmen natürlich genauso wichtig. Und das europaweit. Ein zentraler Bestandteil dieser Weiterentwicklung ist unsere Personal Development Plattform, über die wir uns fachlich weiterentwickeln, aber auch persönlich. Mein privater Ausgleich zur Arbeit ist meine Familie. Seit einiger Zeit haben wir uns ein kleines Motorboot gekauft. Wir leben ja an der Donau und das nützen wir gemeinsam bei jeder Gelegenheit. Um den Job vorwärts zu kommen, braucht man nicht nur Visionen oder Ziele, sondern man braucht einen Plan. Aber das Wichtigste ist, den ersten Schritt zu machen. Ohne dem kommen keine weiteren Schritte und sicher kein Erfolg. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020